Die Märkte sind derzeit so ein bisschen in einem Sommerloch, hat man das Gefühl. Die US-Berichtszaison hat noch nicht begonnen. Man wartet, es ist irgendwie mehr oder weniger ein bisschen fad, könnte man sagen. Es geht rauf und runter in der Summe, aber tendenziell seitwärts. Dementsprechend achtet man mehr und mehr auf Daten, die eben reinkommen. So wie heute zum Beispiel die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und da gibt es eine etwas merkwürdige Abweichung zwischen beiden Arbeitsmarktberichten. Wir haben die sogenannten Non-Farm-Payrolls, die immer an einem Freitag normalerweise kommen, am Anfang des Monats. Die basieren auf einer Telefonumfrage. Und wir haben die US-Erstanträge, die basieren auf Zahlungen eines Amtes. Und jetzt ist die Frage, was ist hier valider, welche Zahlen stimmen, die auf einer Telefonumfrage basierenden oder die Zahlungen von Ämtern. Da habe ich eine bestimmte Auffassung dazu. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was es mit den Non-Farm-Payrolls auf sich hat, also diesen telefonbasierten Daten. Da sehen wir, dass durch die Corona-Krise zunächst mal so um und bei 22 Millionen Stellen verloren gegangen sind. Und dann sind sieben Millionen wieder hinzugekommen. Wäre also ein Verlust von 15 Millionen Stellen. Jetzt sehen wir aber, dass pro Woche um und bei 1,4 Millionen Leute einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe stellen. Die Zahl ist deutlich runtergegangen in den letzten Wochen, bleibt aber doch auf einem relativ hohen Niveau mit 1,4 Millionen, so um und bei die Erwartung heute auch. Und wenn wir uns vor allem mal die Continuing Claims anschauen, die knapp unter 20 Millionen sind, also Leute, die fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe stellen, dann sehen wir, dass also mindestens 20 Millionen oder mindestens 19, irgendwas Millionen Menschen offenkundig weiter arbeitslos sind, während insgesamt angeblich nur 15 Millionen Stellen verloren wurden in der Corona-Krise. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Es passt nicht zusammen, denn wir sehen hier bei diesen Continuing Claims, die können nur Menschen stellen in den USA, die eine Arbeitslosenversicherung haben. Und nicht jeder Amerikaner hat eine Arbeitslosenversicherung, sondern nur ein Teil der Amerikaner. Das heißt, die offizielle Arbeitslosigkeit müsste viel höher sein, wenn schon die Arbeitslosversicherten hier fast 20 Millionen stellen, die offenkundig keine Arbeit haben. Wie viele sind dann ohne Arbeit, die praktisch nicht versichert sind? Und dennoch soll diese Zahl, die von den telefonbasierten Umfragen kommt, niedriger sein als diese Zahl hier in den Continuing Claims. Das passt nicht zusammen. Nun gibt es Aussagen zum Beispiel hier, und das fällt jetzt auch den US-Medien mehr und mehr auf, dass diese Zahlen irgendwie nicht so ganz zusammenpassen. Da stellt man sich die Frage, naja, welche Zahlen sind denn valider? Und manche sagen, hm, sind doch beide ganz gut. Die einen zeigen, wie viele Stellen verloren gegangen wurden, verloren sind, und die anderen zeigen, wie viele Stellen eben hinzugekommen sind. Das ist doch ein rundes Bild, aber dieses Bild passt hinten und vorne nicht. Und die Erfahrung zeigt, dass letztendlich diese amtlich basierten Daten, die auf konkreten Zahlungen basieren, und viele exakter sind, sieht man daran, dass meistens auch die Daten nicht revidiert werden, während zum Beispiel die Non-Farm Payrolls, also die Telefonumfrage basierten, massiv revidiert werden ab und zu. Da ist zum Beispiel für die letzten Jahre im Prinzip die Hälfte der Stellen in einer Revision mal auf einen Federstreich weggefallen. Das sagt so ziemlich alles. Also hier ganz klar die heutigen Initial Jobless Claims, wie es im Amerikanischen heißt, also die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, und die Continued Claims, die fortgesetzten Anträge, das sind die validen Daten. Das andere ist ein bisschen Lärm und möglicherweise auch ein bisschen Propaganda, um die Lage ein bisschen besser darzustellen. Denn wir haben ja offiziell eine Arbeitslosigkeit von um und bei 11 Prozent in den USA. Würde man diejenigen mit dazu zählen, die Teilzeit arbeiten, aber gerne Vollzeit arbeiten würden, oder diejenigen, die sagen, ich würde gerne arbeiten, finde aber nichts und bemühe mich deswegen auch nicht mehr, dann haben wir etwa 22, 23 Prozent Arbeitslosigkeit. Dass die Zahlen aus den Non-Farm Payrolls ein bisschen fragwürdig sind, sieht man auch, dass 32 Prozent der Haushalte in den USA jetzt im Juli keine Miete bezahlt haben, respektive nicht die volle Miete, 19 Prozent haben gar keine bezahlt, 13 Prozent haben immerhin teilweise bezahlt. Das, obwohl die Amerikaner ja von der Regierung 600 Dollar per se schon mal als tschechische Grieche, wenn sie arbeitslos sind, plus dann noch den Mindeststandards, die man von den Bundesländern bekommt, oder dem Arbeitslosengeld von den Bundesländern. Also da geht es manchen relativ gut, aber da kann irgendetwas nicht stimmen in den US-Daten und etwas stimmt auch nicht mit den chinesischen Daten. Da gibt es heute eine lustige Panne, China hat heute die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise veröffentlicht und bei den Verbraucherpreisen hat man in die falsche Schublade gegriffen und die Verbraucherpreise aus dem Juni 2019 veröffentlicht, um dann zu sagen, oh, das sind die Daten von einem Jahr, wir wirfen jetzt mal andere und das sind die aktuellen. Was nicht zusammenpasst, was wir hier sehen in dieser Grafik, sind die Erzeugerpreise. Das ist der Chart der Grafik, die Grafik, die nach unten geht. Und die sind deutlich gefallen, um nur 3% zum Vorjahr, aber gleichzeitig sollen die Industrieprofräte um 6% gestiegen sein. Und wie passt das zusammen? Normalerweise, wenn ich die Preise senken muss, und das passiert ja bei den Erzeugerpreisen, dann leidet meine Marge, dann ist meine Profitabilität meistens nicht so besonders. Außer ich haue vielleicht die ganzen Angestellten raus und versuche mich da zu verschlanken, aber das ist in China ja nicht so gern gesehen. Dementsprechend vorne China und den USA lernen heißt Statistik kreativ interpretieren lernen. Das geben uns die beiden super Mächte vor. Apropos China, heute kommt Robert Sillaitizer, kommt um 19 Uhr deutscher Zeit und wird sich zum Thema Handel äußern, wird sich vor allem auch wohl zum Thema Handelsdeal mit China äußern, zu möglicherweise sozialen Medien, Boykott etc. oder Bannung. Das wird starke zu beachten sein heute, neben den US-Erstanträgen. Gestern haben wir insgesamt gesehen, vielleicht sogar ein typisches Muster, jetzt in diesem Sommerlach. Die US-Märkte fangen zunächst mal stark an nach Kassereröffnung, dann geht es zum europäischen Handelsende hin, so muss es heißen, 1730, so um und bei, geht es runter und dann in der letzten Stunde nochmal hoch. Das hat die US-Märkte, die lange unentschlossen waren, außer dem Nasdaq dann noch in C++ drehen lassen, deutlicher in C++ drehen lassen. Aber wenn wir sehen hier den Nasdaq 100 und das mal vergleichen mit dem Value Line Geometric Index, also dem Index, in dem alle Aktien gleichgewichtet sind, dann sehen wir, dass im Grunde hier eine leicht nach unten gerichtete Seitwärtsbewegung der Fall ist, während der Nasdaq weiter steigt. Apropos Nasdaq, hier sehen wir, dass der in Relation zum S&P sogar über den Aufwärtstrend nach oben ausgebrochen ist. Eine leicht überkaufte Situation insgesamt und Sid Donald hat den Nasdaq jetzt entdeckt, erinnern wir uns, vor, oder jahrelang war es doch immer so, dass Donald Trump immer den Dow Jones zitiert hat, Allzeit hoch oder da hat er immer sich auf den Dow Jones bezogen. Jetzt hat Sid Donald, nachdem der Dow Jones nicht mehr so richtig pariert, den Nasdaq entdeckt und sagt hier, und immer mehr Tweets, das ist der Nasdaq Tweetometer, ein neues Instrument, das zeigte, dass Donald Trump immer wieder den Nasdaq jetzt für seine erfolgreiche Wirtschaftspolitik ins Feld führt. Hauptsache ein Index, der irgendwie auf Allzeit hoch ist. Vielleicht nehmen wir irgendwie einen aus Sri Lanka, Sri Lanka Composite Index, wenn der auf Allzeit hoch steigt, dann könnte man das ja auch twittern, schaust du was wir da an neuen Rekorden erreichen, das ist der Wahnsinn. Also Donald Trump entdeckt den Nasdaq, aber wird nicht so gerne angesprochen auf diese ganze Corona-Geschichte. Gestern ja wieder 60.000 Fälle in den USA, jetzt die Zahl von 3 Millionen überschritten, die Kurve geht weiter nach oben. Hier sehen wir auf der linken Seite die täglichen Tests, die gehen deutlich nach oben, noch deutlicher nach oben gehen allerdings die positiven Tests, es gehen nach oben die Hospitalisierungen und auch die Todeszahl ist zuletzt in den letzten ein, zwei Tagen wieder deutlicher gestiegen, es ist aber ein Trend, der noch nicht valide ist. Aber China macht sich ein bisschen lustig über die USA hier in Gestalt von Huxin, der sagt ja, wir hatten jetzt Nullfälle in Peking und ihr habt ja ein paar mehr, da sieht man mal, dass wir vielleicht was richtig gemacht haben und ihr falsch. Und in der Tat, die Chinesen haben ja sehr harsch reagiert mit diesem Lockdown, die Europäer haben es weitgehend nachgemacht und in China, wenn man den offiziellen Zahlen trauen kann, dann ist das Problem aber zumindest so, dass man da jetzt nicht die ganze Städte wieder abfließen müsste, weil die Krankenhäuser voll sind. In Europa ist die Lage auch weitgehend im Griff, aber in den USA eben nicht. Also da ist es schon ein kleiner Unterschied erkennbar und der hat eben auch mit der Politik zu tun. Schauen wir uns einmal ein paar Charts an, was wir hier sehen ist der Euro-Dollar zunächst mal in den Charts von Capital.com meine Damen und Herren. 1.1357 ist der, wir wollen uns aber mal, wir haben Dollar-Schwäche gestern gehabt, wir wollen uns mal aber die US-Indizes anschauen, 3.168 hier auf Stundenbasis der S&P 500 meine Damen und Herren. Hier sehen wir intakte Seitwärtsbewegung, das gilt für alle Indizes mehr oder weniger. Der S-Stack etwas bullischer hier mit dem Hoch bei 10.700 Punkten, das er gehabt hat. Der Redux kommt nicht über die 12.000 oder ist an der 12.600er Marke. Wir sehen hier intakte Seitwärtstrends, da ist nicht viel drüber zu erzählen. Nicht im Seitwärtstrend ist Gold, 1.810. Gestern habe ich glaube ich im Video, so hat man mir in Kommentaren gesagt, gesagt 1.300 Dollar. Naja, es ist 1.800 und ich bin mir eigentlich klar, dass Gold nicht bei 1.300 steht, aber jedenfalls jetzt 1.810 hält sich also und Grundeul ist bei 40,88,89. Da tut sich also auch nicht so wahnsinnig viel. So, das war mein letztes Video jetzt. Ein Video haue ich noch raus heute Mittag, ein Sondervideo, wenn Sie wollen, schauen Sie da bitte gerne rein. Aber wir sehen uns dann wieder am 20. glaube ich, also übernächste Woche der Montag. Geht es wieder los. Bleiben Sie gesund, machen Sie das Beste draus. Ich freue mich auf Sie und jetzt sage ich Servus und Ciao und hoffentlich bis bald. Bis dann.